So, die Lili schmeißt meine Decke hier runter, guter Start würde ich sagen, so, mir ist gerade aufgefallen, also erstmal Hallo, Hallo, mir ist gerade aufgefallen, wie nur ein 720p hochladen. Aber hier kann ich 10TP auswählen, geile Mucke by the way, okay, Sound geht, Facecam geht, ja, ne, Leute, würde ich sagen, willkommen zum Livestream, Nummer 7822. er ist wirklich 7227 automatisch ziel niedrig brauche ich nicht automatisch ziel brauche ich doch nicht so dass er hat danach wird der schwierigkeit definiert ja mich wie mafia 3 mit cooler mucke ich gucke mir mal noch bisschen ball also automatisch zielen ja keine ahnung was niedrig kanal und kann ich immer noch umstellen oder immer wieder zu ist extrem ist dann ja das er für die xboxx optimiert worden mal also kann auch man kann auch in 4k spielen sowieso wollte ziemlich viel gefixt das spiel war ja ziemlich am anfang wo mittlerweile richtig gut sein war für aber eigentlich immer ein geiles spiel aber bei dem teile haben sie halt den start so ein bisschen verkackt ja so ja schauen wir mal wieder spiel so ist ich muss lassen weil ich so spiele also spiel ich hell plate immer noch ich will hell plate eigentlich durchspielen machen wir drei spiel und das hier war es eine packende erlebnis zu schaffen die damals aber an okay okay hangar 13 wahrscheinlich mal entwickler denke mal Geile Mucke. Geile Mucke. Geile Mucke. Krüppelt irgendwie so ein bisschen der Stream, kann das sein? So richtig clean läuft der nicht. Geile Mucke. Geile Mucke. Geile Mucke. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ja, schön, ne? Wollte ich sagen, let's go. Besorg dir die Schlüssel. Ja, ich nehme mir die Schlüssel, keine Angst. Besorg dir die Schlüssel. Ich glaube, da muss ich hier reingehen, ne? Mit X. Guck, man hört sogar den Schlüssel jetzt an, oder? Wir sollten los. Du hast den Schlüssel, also setz dich ans Steuer. Na los, verziehen wir uns auf. Äh, wenn der den Schlüssel in der Hand hat. Ich komme jetzt an das Auto. Ja, wer hat hier denn das Auto geparkt, sodass man nicht dran vorbeihampeln kann. Oh, einmal rennt er. Was los da? Leute, man sieht ja um den Rückspiegel. Das finde ich ja lustig. Was eigentlich totaler Blödsinn ist. Weil man kann ja gar nicht hinten aus dem Auto rausgucken. Also ist der Rückspiegel eigentlich hinfällig. Ja. Hier links anscheinend. Habt ihr cool angezeigt. Das wäre schon bei GTA manchmal, wenn ich nicht so viel auf die Minikarte gucken muss. Der Wichser da, der hat keine Ahnung, was ihm blüht. Was war sein Anteil? Vom Frutze? In der Größenordnung, ja. Nicht, dass er... Ich muss auf die Geschwindigkeit, glaube ich, achten. Wir sind für den Rest seines Lebens überwachen. Wäre besser für ihn gewesen, wir hätten ihn gefehlt. Ähm... Wenn ich in Vietnam was gelernt habe, dann, dass es immer gut ist, jemanden zu haben, der im Notfall die Aufmerksamkeit auf sich lenkt. Damit man sich klar hat... Die Kamera ist ein bisschen weird. Ja, das ist... Was? Weißt du, was ihm antwortet? Sie sagt, ein Baby kann nicht immer wieder kriegen. Ja. Herr im Himmel. Was? Ich dachte, du erzählst mir was von dem Typen, den sie den Sack weggeschossen haben oder sowas. Scheiße. Das ist nicht ihre Schuld. Stell's dir vor, heute noch baust du Reis an, züchtest Rinder und am nächsten Morgen ist einfach alles niedergemobbt. Wenn du sie in die Enge treibst, tun Menschen so gut wie alles, um zu überleben. Ich hoffe, das war ein verdammt leckeres Schwein. Ich habe Heuschnupfen. Das ist echt mega ätzend. Okay, wir haben nur auf die Eier. Aber ist jetzt richtig geil. Heute war ja mal ein richtig geiler Tag. Hammer, ey. So ein geiles Wetter, ey. Schön, 4,25 Grad, ey. Oh, herrlich. So könntet ihr immer sein. Aber du wirst ja auch langweilig, ne? So, noch geht die Facecam. Gucken, wie lang sie noch geht. Wie ihr seht, habe ich eine neue Position von der Facecam. Eigentlich nur, weil die Facecam immer ein paar Mal ausgegangen ist. Hätte ich gesagt, bist du auf die Eier gegangen? Und, ähm, ja. Deswegen habe ich mal eine andere Position gewählt. Ja, passt mal auf. Ich gucke mal schnell was. Ich fand die Quali halt echt. Ich muss mir was einfallen lassen, wenn ich hier weitergehen soll. Ja, komm. Mach Play. Ja, komm. Mach Play. Oh, die Mucke läuft weiter. Mensch, im Menü bin. Wie mein, ich muss schon mit der Fahne, ey. Das ist mal abgesehen davon, dass halt krüppelt der Stream. Keine Ahnung, was das soll. Na, Bildqualität geht. Das Personal der Reserve Bank wird was dagegen haben, wenn du da mit einer Knarre aufkreuzt. Ich lasse sie einfach unter dem Sitz. Ähm, es hat halt sauviel Klötze in Bildung. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, das ist eigentlich ähnlich beschissene wie die Quali auf Twitch momentan. Von daher, ist halt auch egal. Musst mal gucken, wie er in Zukunft weitergehen soll mit dem Stream. Mal sehen, ob diese gefälschten Ausweise je Geld wert sind. So, ich würde jetzt sehr gerne links abbiegen. Oh, die Welt ist schon mal geil, ist schon mal richtig cool aus, finde ich. Hat er auf jeden Fall schon mal seinen Charm. Ganz klar. Aber das konnten Jungs von Mafia schon immer gut. Alles klar, mache mir. Okay, Aprikose schmeckt seltsam. Bleh. Arsch süß. Oh. Genau. Ein bisschen Sound finde ich echt gut. Der Sound ist schön knackig. So, aussteigen. Wenn ich was sage von wegen, es ist heiß, schlagen wir zu. Okay. Ich bin's dauernd auf der Falle, ich schalte, okay? Ich rede die Falle Reserve. Okay. Los geht's. Einmal die Ausweise an die Scheibe halten, bitte. Wir sollen das Geld verbrennen. Was zur Hölle macht denn die Pissnöcke hier? Positive Diskriminierung. Weiß doch, wie es ist. Das ganze verdammte Land geht den Bach runter. Pff, lol. Nur weil der Typ schwarz ist. Und du? Lad die Säcke aus dem Transporter. Du bringst sie in die Brennkammer runter. Wie viel habt ihr abgesagt? 238.546 Dollar. Was? Okay. Ich hab' mal zwei Säcke geholt. Ach, ich mein' Säcke voll mit Geld? Das wird schwer. Das war nur Papier, oder? Das ist ja nichts Besonderes. Ich hab' noch die wie gepressert ist, vielleicht, aber. Sturzplinte muss abgegeben werden. Hast du auch eine Waffe? Bin doch in der Ausbildung. Gut. Eine Sache weniger, um die ich mir Sorgen machen muss. Du kannst sie auf dem Weg nach draußen wieder abholen. Mach dir aber um die Kugel Sorgen, die du gleich in deinem Kopf hast, Junge. Brennkammer ist unten im Keller. Hier lang. Hab euch lange nicht gesehen in dieser Gegend. Hier haben die anderen Anzüge an, oder? Ich war ne Weile drüben in Georgia. Ich hab' ja schon mal geil gegenseitig rot. Mein Cousin versucht seit über einem Jahr, hier nen Job zu kriegen. War für zwei Touren in der Navy, hat Orden bis zum Umfallen, aber die Regierung sagt ihm, danke, aber nein, danke. Das ist der größte Mist, den ich je gehört hab. Schon traurig, wenn gottesfürchtiger Weißer einfach keinen Job kriegt, aber der erste Nigger, der rein stolpert, sofort eingestellt wird. Genau. Ja, und? Lass mich weiter, du Honk. What the fuck? Fummelt lieber nicht aneinander rum, da hinten. Ha 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 ha, Wohrensohn! Scheiße, sieht dir das an? Hatte ja keine Ahnung, dass das so viel Gold ist. Washington hält es immer in Bewegung wegen des Kriegs. Mal ist es hier, dann wird es nach Dallas geschickt, kommt wieder zurück. Ergibt aber keinerlei Sinn. Okay. Da sind wir. So. Alles klar. Ich kannte das hier gar nicht. Hätt's mir größer vorgestellt. Läuft wie am Schnürchen. Es gibt nur dann ein Problem, wenn das Rohr verstopft. Oh, ich schmeißte den ganzen Sack da rein. Es ist eine Hitze hier drin. Früher haben wir Kohle verfeuert, aber vor einem Jahr oder so sind wir auf Öl umgestiegen. Es gibt eine gleichmäßigere Flamme. Da kam so ein Typ vorbei und wollte mich überreden, auf Öl zu wechseln. Da habe ich ihm gesagt, ich habe keinen... Wow, Alter, okay. Wir müssen los. Danny und Alice sind jeden Moment da. Ja, wir kommen bremten, oder? Nein, da. Wie, warum nicht? Kümmer dich um die Wachen und halt den Arsch unten, nicht, dass die uns drankriegen. Ich weiß, was ich mache, verdammt. Ja, genau. Wie lasse ich denn zum Beispiel den Typ hier hinfallen? Ah, okay, ich stehe hier durch. Ich habe doch unser altes Haus vermietet, weißt du noch? Ich habe da gestern Abend angerufen und... Oh, und die Facecam ist aus und die Facecam ist wieder an. Das war jetzt so nicht geplant. Direkt mal zwei Waffen eingesammelt. Ja, Waffen-MD gedrückt halten. Zuhause holen, bla bla. Waffen schnell wechseln, bla bla. Waffen... Okay. Da die Schießerei hat keiner gehört, oder was? Anscheinend nicht. Geile Mucke, ey. Boah, tut mir die Augen jetzt so weh. Boah, tut mir die Augen jetzt so weh. Geil. Die Mucke ist mega cool. Okay, dann auf geht's. Gottverdammt, das ist ein scheiß Überfall. Ich hole Hilfe. Das ist ein Scheiß-Überfall. Das ist ein Scheiß-Überfall. Warum geht die Facecam aus? Was ist das bitte für ein Bullshit? Ich hab's extra umgestellt, damit ich... Warte mal, pass mal auf. Wir machen mal so. Wir machen mal hier das Verbindungskabel an und aus. Und? Jetzt geht's ja wieder, hä? Was soll denn das? Warum geht denn die Facecam immer an und aus? Was ist das für ein behinderter Bug? Vor allem, dass da die Facecam Nummer 1 ist, die eigentlich so ziemlich jeder YouTuber und ein Twitcher benutzt? Jetzt einfach die Facecam steh ich hin. Aber es ist auf jeden Fall mal an jetzt. Ja, also geht's ja auch. Seltsam. Was soll das? Egal. Schieß. Wo ist denn hier noch ne Waffe? Kannst du auch drum herumlaufen? Das ist jetzt dein Ernst, oder? Ich kann jetzt drum rumlaufen. Vor allem läuft er die ganze Zeit. Gebt mir so ein bisschen auf die Eier. Ah, ne. Er läuft auch noch richtig, okay? Komm, zeig dich mal, du Arschloch. Uff. Ziemlich gewalttätige Sounds. Automatisches Zielen. Du kannst die Zielunterschützung auf niedrig oder hoch einstellen, oder sie ganz abschalten. Hier einstellen, der Zielunterschützung drückte, bla, bla, bla. Selbe Schöpfung, oder? Was ist denn eigentlich rund ein Rechtsziehnanzeige? Ist das mein Lebensbalken? Mein Dad reißt mir den Kopf ab, wenn er das erfährt. Geh auf! Verdammte Scheiße! Her mit dem Scheißteil. Ist halt echt ein Afte-Typ, ne? Schlösser knacken. Schritt 1. Das Schloss, das Schloss freilegen. Drehe, bla, bis es im grünen Bereich ist, drücke dann, bla. Das Schloss knacken, drücke ich, wenn er im grünen Bereich ist, okay. Okay. Jawohl, das ist doch der richtige Baller, Mann. Okay. Okay. Ich geh ein bisschen zurück. Ich geh ein bisschen zurück. schwarze Mafia, okay. Ist geil, wenn ich hier einmal Play, wenn ich einmal Pause gedrückt habe auf dem Mixer-Stream, und drücke dann wieder Play, geht es einfach nicht mehr. Ist auch geil. Oh, man. Ich hoffe, der Stream krippelt nicht immer so die ganze Zeit, weil, keine Ahnung. Kann ich nicht verstehen. Aber im Internet liegt es nicht. Nein. Ich hoffe, der Stream-Stream-Stream-Stream-Stream. Ich hoffe, dass dieser hier nicht needs terrible ist. Vielen Dank. Vielen Dank. Rote festlegen für die Karte mit Plan und lege mit Plan den Zielort fest. Auftrag auswählen, drücke auf der Karte X. Auftrag auswählen, okay. Achso, achso. Okay, 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 okay. Okay. So, was kann ich denn hier auswählen, schönes? Ah, hier muss ich hin oder was, ne? Kann ich noch was auswählen? Ne, muss ich nicht. Dann machen wir hier mal einen Wegpunkt, würde ich sagen, oder? Okay. Und Sammy, geht's gut? Seit das Telegramm kam, dass du heimkommst, saß er auf glühenden Kohlen. Auch wenn das Flugzeug abstößt, wenn der Zug Verspätung hat, wenn die ihn zurückgeordern, dann hat er sich mit einem Whisky ans Küchenfenster gestellt. Als ob er dachte, du kennst gleich den Bürgersteig lang. Mit B hat man Handbremse. Geil. Wow. Ja, das fand ich irgendwie cool. Polizeibeobachtung. Die Polizei greift dich an, wenn du in ihrem Sichtbereich Verbrechen begehst, die sich verdächtig verhältst oder auch nur gegen Verkehrsregeln verstößt, okay. Die Polizei wird durch eine blaue Markierung in der Bildschirm mitte an. Ja. Die kamen nach Empire Bay, als du gerade ein Jahr weg warst. Sie verkaufen Gras. Sie haben angerufen und gefragt, ob ich was haben will. Ich hab ja gesagt, ist für mich wie geschenktes Geld. Jedenfalls, vor einem Monat krieg ich Post von Ron und Martin. Sie steigen in den Heroinmarkt ein und suchen einen Partner für hier unten. Glaub nicht, dass Sammy das Schaf drauf war. Von dem Gras hab ich ihm nie erzählt, geht keinem was ab. Aber darüber muss ich mit ihm reden. Keine drei Worte und er brüllt los von wegen FBI und dass wir J. Edgar in den Hals kriegen. Und was mir einfällt, Dope zu verkaufen, wenn Kinder im Viertel rumrennen. Wir verkaufen kein Dope an Kinder. Als ob die überhaupt die Kohle dafür hätten. Aber jetzt mal ohne Scheiß. H ist kein Joe. Ich kannte ein paar Typen mit Namen, die es vertickt haben. Haben sich dann mit den Falschen angelegt und man hat ihn die Kehlen durchgeschnitten. Scheiße, Mann, das mach ich doch. Deswegen rede ich mit Georgie drüber. Das lässt Sal sich niemals gefallen. Georgie sagt, er kann's vor seinem Alten verheimlichen. Wir meiden das Hollow und Frisco und verkaufen nur im French World. Georgies Onkel Lou hält das Maul, solange wie ihm sein Anker ging. Ich weiß nicht, Mann. Georgie ist ein cooler Typ und alles, aber Age ist kein Spiel. Mach doch mit. Er hat sicher nichts dagegen, wenn wir durch drei teilen. Leiß nicht. Ich zieh mich mal zurück und denk ne Runde nach. Ja gut, schon klar. Hab ich geil geparkt oder hab ich geil geparkt? Komm, wir gehen vorderein. Du wirst deinen Kriegsheldenarsch nicht durch die Hintertür reinschmuggeln. Ich weiß nicht, Mann. Vielen Dank. Ja, Französisch müsste er jetzt nicht sein. Jetzt siehst du mal, wie jung der Pater da ist, ne? Der da mit... Das ist jetzt der Vater, ne? Der Pater da. Das ist jetzt der Vater. 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 Okay. Will er ernsthaft im Keller pennen gehen? Why? Why would he make that? Okay. Wow! 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 Okay. 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 Warum bist du denn eigentlich auch im Keller ein Bett? Okay. 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 Ich denke, als Schweißer arbeiten. Drei Monate Ausbildung, dann lässt die Gewerkschaft dich rein. Hast du das Sammy und Alice erzählt? Noch nicht. Ich wollte ein paar Tage warten und sie nicht damit überfallen, wo ich gerade erst wieder hier bin. Sie werden das nicht gern hören, aber sie kommen damit klar. Du musst tun, was für dich das Beste ist. Jetzt bedien mal die Leute. Ich bin gleich wieder da. Wieso soll ich die Leute bedienen? Ich hab doch schon halt Essen gespendet. Soll die Leute selbst bedienen? Müssen die überhaupt irgendwas machen? Ah, hast du einen Löffel. Mach ich. Jetzt kommt bestimmt kein Schädig. Hi, Diana. Warme Mahlzeit, warmes Herz, ganz gewiss. Das ist echt ein Bär, oder? Alter Schwede, ist das ein Bär, ey. Alter, mach mal deine Frisur, ey. Sieht ja furchtbar aus. Obwohl die Frau hier gleich schmiert, die sieht doch furchtbar aus. Was du hier tust, ist ein wahrer Segen für uns, Lincoln. Vielen Dank. Durch der Rede, wer? Der Typ, der jetzt kommt, der kann seinen Frisör empfehlen. Erst zwei Tage hier und die schicken dich schon arbeiten? Ah, ich mach das gern. Bedeutet uns allen echt viel. Ja, Oma. Und du kannst auch mitgehen, gell? Ja, ja, kannst du grinsen. Geht besser nicht alt, Junge. Das ist eine verdammte Quälerei. Ich guck mal, was ich machen kann. Hi, Lincoln. Wie geht's, Reggie? Mir geht's gut. Schön, dich mal wieder im Hollow zu sehen. Schön, diese großen braunen Augen wieder zu sehen. Nun, die sind meist drüben bei meiner Tante zusammen mit dem Rest von mir. Du solltest mal vorbeikommen. Vielleicht mach ich das. Lincoln, es gibt einer. Renn weg, Reggie. Wenn wir mit dir praktisch sind, ist Savvy. Überdeckungsspringen. Ihr Kerle solltet euch was schämen. Jawoll. Und schon Platz. Alter, geil. Ich bin Tata, jetzt. Erfunden. Erfunden. Ja. Okay. 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 Auf geht's. aber so vom so von der story her wieder erzählt wird er so ist halt ist vollstoff mafia richtig cool erzählt er wieder die mafia so ist das finde ich auf jeden fall am spiel schon mal richtig cool weil damit haben sie echt so ein bisschen ein alleinstellungsmerkmal muss man schon sagen schon richtig geil willst du das wirklich so machen das letzte was sie erwarten ist ein angriff vom wasserhaus war rüber zur straße und bleibt im auto ich treffe dich da wenn alles vorbei ist ich hoffe du weißt was du tust vertrauen wir alles bald haben wir das alles hinter uns klettern das andere gegner an und verbirgt sich vor ihnen kommst du einem opfer zu nah oder machst du lärm weitet sich die markierung aus dann werden die gegner angefangen nach dir zu suchen und du schleifst machst du weniger lärm und hält sich der gegner aus den gegner nach dir suchen bleib in deckung sobald sie suchen aber ein selbst wenn wir das alte rolle abwackeln müssen um damit zu kriegen werden wir es tun wir hören erst auf wenn der alte man dort ist ja er die guck mal wo da hinten der chip hinguckt hier vorne ziehen mit mit der zigaretten ist aber die guckt jetzt halt genau hier rüber kommt er in wasser kommt er nicht so das haben wir ganz gut hingekriegt würde ich sagen finde ist jetzt irgendwie ein bisschen entspannend ein bisschen seltsam waffen sind immer gut sagen ja sind zwei pfeifen pfeife leise um einen gegner von pfeife leise vor allem und eine gruppe von gegnern aufzuteilen oder vorzulocken ok jetzt guckt aber der mich doch vollstoff an das doch kacke denk nicht drüber nach willst du mich verarschen da war ja mega dumm gerade der war gerade sau dumm da die typ dreht sich um und sieht nix mir kratzt der kopf so das haben nur die leute die viel im kopf haben den kratzer ab und zu mal der kopf ist ja richtig angenehm hier oder so in den haiti boden hier sind so zwei große couchen da sind drei stück die frage wo ist der spaß die alle hinten ist der spaß die sich gerade wird so ein bisschen markiert hier da muss ich anscheinend dadurch aussieht ich muss anscheinend dadurch okay das ist ein problem definitiv ich guck mal auf die karte kann ich da nicht dran vorbei hampeln kann ich links rum hampeln ich muss mal was ausprobieren ich denke das geht nicht aber man weiß ja nie ich bin Deine Asche, da haben die vier Sichtbereiche, da war doch gerade noch einer, ne der hinten Handbild, ja, ok, ich habe nichts gesagt, irgendwie finde ich die Muca gerade unpassend, sorry, ey. Ok, ich will gerade mal ausprobieren, und zwar will ich ausprobieren, ob ich dann zu laut bin. E.O. bin ich, so ein bisschen jedenfalls, aber es hat noch funktioniert, das war alles gar kein Problem, war alles gar kein Problem, war alles gar kein Problem, aber ich glaube es war eigentlich nicht hier rumzugehen. Finde ich auch. Ok, wo ist denn euer Boss, kannst du nix rum reinhampeln? Ok, jetzt sind ganz schön viele. Moment, ich habe was gehört. Komm mal her, guck dir das mal besser an, was du da gehört hast. Der andere müsste jetzt nicht unbedingt hier hinkommen. Der geht in das Haus, der geht, ne der geht in das Haus. Das ist nicht euer Ernst, oder? Das ist nicht euer Ernst. Na ja, gut. Tun wir einfach so, als ob wir das gesehen hätten. Ok, der hat sich gerade umgeguckt eigentlich, aber egal. Ist ja ein Computerspiel, ne. Gut, dann würde ich sagen rein da, oder? Äh, hier die Waffe finde ich besser. Das ist dann so eine Tommy Gun. Da habe ich natürlich ziemlich wenig Munition dafür eingesammelt. Was habt ihr hier so? Naja, nix. Ok. Dann hole ich die andere Waffe nochmal, weil, naja, sagen wir mal ehrlich. Da habe ich 40 Schuss immerhin. Fick dich! Du bist Mechton! Dazu hast du keinen Rechnungsinn! Fick dich! Du bist Mechton! Dazu hast du keinen Rechnungsinn! Wow! Das nenne ich mal rohe Gewalt! Pöse, pöse! Ach du Scheiße! Hä 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 hä! Ich bin schon wieder weggekommen. Den mache ich, ich suche Deckung! Was hat er da? Den mache ich, ich suche Deckung! Was ist das hier? Was sind das Verzeichnen? Achso. Der Modi ist da, ne? Ich weiß gar nicht, wie ich mich heilen soll. Wow, okay. Zählen bla bla bla, werfen bla bla, ausrüsten bla bla. Ich seh die Gegner gar nicht. Also weiß ich auch gar nicht, wo ich die Molly hinschmeißen soll, ehrlich gesagt. So schmeißt man Molly, genau. Okay, dann gehen wir, glaube ich, hier rechts rum, würde ich sagen. Ja, schießt mal auf das Haus! Der dreckige Neger, schießt ihn ab! Ja, ja, schießt ruhig da drauf! Da hinten, da hinten ist der Neger, da hinten! Ja, ja, rennt ruhig da hin, der dreckige Neger, schießt ihn ab! Scheiße! Er ist hier drüben! Was? Wie kommst du da drauf, jetzt aber? Ist der nicht hier drüben? Ich bitte dich! Da! Halt ihn auf! Genau, halt ihn auf! Ich frag mich nicht, warum ich gerade weglaufe, aber ich stehe hier kein Gesicht mit. Aua, 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 aua! Du hast schwere Verletzungen davongetragen, deine Gesamtheit ist niedrig. Ich geh in Deckung, bis du dich wieder hochheilst. Äh, wie benutzt du die Adrenalinspritze? Wie hat er gerade gesagt, benutzt du die Adrenalinspritze? Ist das denn ernst, oder? Jetzt hab ich die! Ey! Eine Kugel mir! Muss nachhören! Boah, alter zieht der da langsam nach! Nein! 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 Ich werd jetzt sterben! Nein! Alter, ich bin doch im Ziel! Warum kann ich nicht abhauen? Ach du Scheiße! Und bitte? Achso, leul, leul, leul. Wo fährst du hin? Es wird doch langsam Zeit. Bist du ein bisschen behindert? Kann das sein? Toller Auftritt, Bruder, jetzt. Toller Auftritt. Raus! Weg hier! Fahren und Sprengstoff. Wer vom Auto aus Sprengladung, um Verfolger zu zerstören. Scheukratz nach unten drücken. Werfen. Scheukratz nach unten drücken. Äh, Scheukratz nach unten drücken und loslassen. Und die Mocke! Geil! Warte mal, ich muss mal kurz gucken, ob ihr weiter im Chat geschrieben habt. Ne, alles gut. Ja, alles klar. Wir lief's mit Barker. Wir sind zu einer Einigung gekommen. Wir wollte sterben und ich hab ja gesagt. Dann wird zurück zu Sammy. Scheiß drauf ist deine Karre. War sie ruhig zu Schrott. Scheiße, das war nicht so gefragt. Ja, jedenfalls. Wie gesagt, Pops wird so dermaßen happy sein. Diese Scheiße mit den Haitianern hat ihn schwer runtergezogen. Wenn die weg sind, wird sich alles wieder beruhigen. Dann wird alles so wie es schon. Ich sag ihm seit Monaten, dass wir sowas machen müssen, aber Pops. Naja, ich weiß auch nicht. Manchmal glaub ich, er hat das Interesse an dem Kram verloren. Nur weil er nicht gewalttätig wird, hat er aber nicht gleich das Interesse verloren. Ja klar, aber ich frage mich, wie es weitergeht nach dem mit. Du weißt schon. Und ich erst recht nicht, erklär's mir. Und durch eine Kugel oder die Hand Gottes. Jeder muss mal sterben, oder? Ah, ich versuche ein bisschen zu treffen. Aber alles geht. Spät drum, dass Pops uns beide überlegt. Aber wenn nicht, will uns jeder Scheißer im Hollow entweder folgen oder abknallen. Ich sag ja nur, wir sollten darauf vorbereitet sein. Darüber müssen wir uns im Moment noch keine Sorgen machen. Also entspann dich erstmal mit deinen großen Plänen, okay? Na gut, schon klar. Geil. Mucke ist mega geil. Ja, irgendwie stehen die Bullen hier hin zu viel rum, oder? Irgendwie kommt mir sofort, als ob nachts jetzt noch die Bulle am Start werden. Ahhhh. Ich muss wie früher bremsen. Ich muss ein bisschen üben ertriften. So. Wie die Garage, oder? Ja. Oh. Oh. Ouh. Wöh! 1 2 1 2 2 Vielen Dank. 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 Okay. Ist auch so ein bisschen GTA-Style. Ah, das war schon gar nicht so schlecht. Oh-oh. Oh-oh. Okay. 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 die alte schiss hatte der schwarze der die tasche gelaute oh man what the fuck schon so ein bisschen auf die spritze getrieben vielleicht ja Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Okay. Vielen Dank. Vielen Dank. Okay. 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 Cool. Okay. 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 Der kommt von unten? Okay. 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 Die versuchen uns rauszutreiben. Konzentrier dich darauf, was du tust. Deckung wechseln. Äh. Erst Richtung in der Nähe, dann L und dann A. Okay. Naja, klar. Okay. 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 Redakt, um, es ist gerade der ganze save in das loch gefallen ist dein ernst oder ich versuche es ja dennis bein ist eingeklebt nein Okay. Hm. Okay. 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 es ist die qualität gut vom stream er hat krüppelt warum er hat krüppelt warum die mucke dabei okay 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 dann ist gestorben da unten ok er hat doch nur das bein angeklemmt gehabt oder das alle drin wir müssen los alle da hau rein die wachen noch mehr diese schneider die kopf schneiden uns den fluchtweg ab wir finden anderen weg hier raus der tunnel muss ja irgendwo hinführen hier geil keine mucke okay was ist das hier für ein tunnel nebendran ist eine straße hä die scheiß bullen sie eröffnen das feuer ich sehe dich das war scheiße das war scheiße ich habe gemerkt wenn ich abbiegen musste komm schon schickt euch ins knie ihr verdammten schwanz wo ist denn die ganze kohle sind die ganzen säcke die ganze ein oder goldbarren oder da war doch der ganze safe war doch voll mit geld bei diesem bein ist halt im arsch das ist von motion capturing auch richtig gut gemacht mit okay das sind jetzt doch ein paar ladezeiten aber richtig lange dauern die ladezeiten nicht das grafische täuscht mich schon so ein bisschen wenn ich ehrlich bin keine ahnung auch für das alter finde ich schon ein bisschen schon ein bisschen enttäuschend aber ist halt so atmosphäre hat er trotzdem definitiv warum So. Geil. Man kann wirklich ihre Titten sehen? Oh Mann, verdammt. Hatte Schnauze, bevor sie uns wegen dir einkassieren. Siehst du mein Gesicht? Wo ist denn mein verdammtes Gesicht? Ich bin eine gut besoffene. Stopp! Verdammt doch! Was ist denn mit dir? Du bist mir doch voll vor die Linse gelatscht. Weg mit dem Telefon. Los! So lasse ich mich nicht behandeln. Wo muss ich anrufen? Ich hab den Typ dabei. Wir stecken in der Scheiße, du musst uns helfen. Wo seid ihr? Genau neben der Parade. Danny ist verletzt. Ich kann dir keinen Wagen schicken, weil die Straßen gesperrt sind. Hör zu, an der Rückseite vom Friedhof ist ein Lebensmittelladen. Kannst du da hinkommen? Ja. Da wartet ein Wagen an der Laderampe. Und Lincoln, seid vorsichtig, hörst du? Ihr beide. Du und Alice. Sind wir. Okay. Ab zum Friedhof. Sammy schickt uns den Wagen zum Lebensmittelladen. Zur Laderampe. Gott schätze deinen Alten. Das kann. Ich muss ja durchhampeln. Ich muss ja durchhampeln. Fassen nach das hier grad. Auch das ist cool gemacht von der Atmosphäre. Ist echt geil. Aber das ist halt texturarm wie Sau, ey. Da ist echt mehr drin gewesen. Ich mein, es sieht im Prinzip beschissener aus wie GTA, könnte man eigentlich sagen. Aber GTA sieht fügt aus. Ich hab grad geblitzt. Trouble on the way. Geil. Kleinsgeber the Revival. Hör mal ein bisschen stehen. Die Quellen bei der Polizei berichten von mehreren getöteten Wachleuten. Die Täter seien mit einer Beute von mehreren Millionen Dollar entkommen. Don't go tonight. Geile Mucke. Die Mucke ist ja mega geil. Von der Mucke her hat man echt besser in der Zeit hier gelebt. Wär besser gewesen. Hab ich doch schon gesagt. Ich hab ja schon mal nichts geklaut. Okay, das sind Bulle. 1,93 Meter groß. Oh. Der kann ja eigentlich schon schwer zu finden sein, oder? Mist, die haben das Boot gefunden. Bleib cool, man. Ist noch nichts verloren. Da ist was faul mit dem Jungen. Du hast Glück, dass ihr dich versoffene Asseln nicht im Graben liegen lassen. Kann ich nicht hier zwischendurch? Nee, kann ich nicht. Ich muss ein bisschen zurück. Die Bulle guckt mich an. Okay. Jetzt kloppen sie sich wieder da. Versuche einfach schnell dran vorbeizuhampeln. Ah, die haben ja eh den Funkspruch nicht mitgekriegt. Okay, da vorne kommen noch zwei Bullen. Das wird schwierig. Ich hab schon noch einen Daumen. Ich hab schon noch ein bisschen angekriegt. Ich hab noch eins mit dem Ständen Pickel Cooler Jesus, fange ich jetzt auf der offenen Straße eine Schießerei mit dem Bullen an? Ernsthaft? Auf einer Parade? Na dein Ernst? Das ist jetzt ein Witz, oder? Mit dem Schieß, Eisner, willst du mal anfangen? Rote Verhandlungszonen, du bist in einer roten Polizeiverhandlungszone und die Cops werden erst schießen und dann Fragen stellen. Okay, von der Polizei verfolgt, um die Polizei abzuhängen, verlasse die blinkende aktive... ah, wie ein GTA... Okay, also... Ich wollte eigentlich hier, was weiß ich, abhauen oder so, aber gut. Da ging es relativ schnell. Da konnte ich jetzt nicht viel machen. Okay, einfach nochmal. Komm schon. Ich habe das Spiel gelobt, weil es nicht viele Ladezeiten hat. Jetzt will ich bei einmal sterben, äh, ist jetzt schon rum, oder? Äh... Er hat ja vorher schon die richtige Richtigkeit anscheinend. Nur habe ich halt nicht richtig gerafft. Vorsicht! Ein Arschloch mit einer Knarre! Vorsicht! Ein Arschloch mit einer Knarre! Kann ich eigentlich nicht sein. Weil... ich habe zwar eine Knarre, aber ich bin kein Arschloch. Ah, hier ist der Friedhof. blaue polizeizone du bist in du bist einige verfolgerlos geworden und bis jetzt in der blauen polizeifahrtungszone schau dir diese fahrtungszone auf der midi karte an falte ich auch noch fällig und hier sind zwei bullen da kommt zu mir mit ein bisschen glück kann ich umgehen oh gott er kommt bei mich officer im einsatz verreckt ich bringe doch darüber jungen schien ich hätte es doch nicht so an wo ist georgie wir wurden getrennt die politik polizeiautos gemalt auf der karte sehr voll seltsam ja wie gut fahren denn die polen auto willst du mich verarschen sowohl das war gut Nein, 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 nein Ja, cool. Ich kann ein Auto nicht rumdrehen. Warte. Hallo, was soll ich machen? Kann das mal ein bisschen früher kommen? Okay. Ist das der Game Over Screen oder was? Hey. Checkpoint laden. Klar, ich finde, es sind Auftragsneue starten, seid ihr behindert. Aber wie soll ich die Bullen abhängen? Oder soll ich die Bullen abhängen? Buh. Hm, okay. Jetzt haben wir schon zweimal der Ladezeit gehabt. Links rum kann ich nicht fahren. Scheiße. Okay, ich sehe die Autos. Warte mal. Ich fahre jetzt rechts rum. Fahre ich raus und fahre links rum. Ach, kommt. Da hat Autos gescriptet. Die kommen immer erst dann, wenn ich hier rausfahre. Okay, das war eigentlich ganz schlecht von mir. Die kommen ja trotzdem saugut hinterher. Oh, das ist doch ätzend. Soll ich denn die Bullen loswerden? Die sind doch schneller wie ich. Was, was ist denn jetzt passiert? Aber die schießen ja nicht. Okay, was wir natürlich ausprobieren könnten. Lol, davon sind jetzt alle hängen geblieben. Wollt ihr mich verarschen? Nein. Oh, ich kann nur dann Zeitlupe machen, wenn der Balken voll ist. So, okay. Dann bin ich die Bullen los. Sind die in ihre eigene Straßensperre reingefahren? Dann bin ich die losgekommen. Die geile Satte, bitte. Wenn wir hier lebend rauskommen, schlafe ich auf einem Bett aus Titten. Scheißegal, was es kostet. Sind sie weg? Wo muss ich hinfahren, Freunde? Ja, ja, Mann. Alles klar. Ich wusste, dass wir es schaffen. Ich wusste, dass wir es hier sind. Erreich! Ja, wo müssen wir hinfahren, Kinder? Wo müssen wir das Geld abgeben? Ah, okay. Hört von selber auf. Ja, cool. Der war doch lustig. Das war natürlich jetzt ein ziemlich cooler, also eigentlich ein ziemlich komplizierter Auftritt, kann man schon fast sagen. Aber der war echt gut gemacht, so. Und ich finde, das hat mega geil erzählt. Was? Alter, Danny lebt doch noch. Oh, Mann. Jetzt wird alles anders. Da seien die Gesichter jetzt richtig gut aus. Aber die Gesichter an sich sind schon ein bisschen cool. Was er auch immer heißen soll. Da seien die Gesichter an sich. Oh, Mann. Hä? Geil, die Mucke, ey! Was? Ach du scheiße. Ach du scheiße. Weil die ist alles selbst bereichert dran. Und das habe ich jetzt überlebt. Und das habe ich jetzt überlebt. Der hat mich gerettet. Aber der hat mir da voll in den Kopf geschossen, oder? Ist doch Blödsinn, das da. Okay. Ah, die Mucke, ey! Die Stones noch dabei. Den kostet die Musik, krieg ich doch Geld wie Sau. Hammerhart. Okay. 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 Das ist so cool gemacht. Die Mucke! Alter! Saugeil. Das ist voll mein Spiel von der Musik her. Voll geil. Don't go out tonight, there's a bad moon on the right. Also habe ich dann überlebt hätte. So ein Blödsinn. Ist doch mein Kriegskollege, oder was? Da wurde Lincoln erschossen. Möge. So ein Blödsinn. Ähm. Okay. Voll der Hass, ey. Geil. 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 So, tja, alles abgebrannt, ne? Scheiße. Warum bremt hier Licht? Hol deine Sachen. Jetzt kommt der Hass hoch. Willkommen daheim, mein Junge. Jetzt kommt der Hucke voll. Seine Karre ist der Hammer. Ich will dich, Herr Schäfer-Pollower. Was zum Geil. Ja. Leute, ihr merkt, ich bin heute nicht so rätselig wie sonst. Aber gut. Man kann ja auch nicht immer nur reden. Man muss doch mal die Fresse halten, wenn es drauf ankommt. Ach so, die Kiste da, praktisch aus dem Krieg mitgebracht oder was? Ja, da ist der freche Haarschnitt, den wir brauchen. Kampfmesser. Benutze dein Kampfmesser, um Gegner mit tödlichen Gewältigungen auszuschalten. Als nächstes kannst du die Option und das Spiel auch mit nicht tödlichen Überwältigungen auswählen. Okay. Na, wir töten. Draußen im Kampf wird alles Geld, das du erbeutest, in deiner Brieftasche verwahrt. Wenn du im Gefecht umkommst, verlierst du deinen Großteil davon. Also Bunker ist lieber im Safe. Okay. Okay, das ist gut zu wissen. Benutze im Safe im Samy's Keller, um das Bargeld zu bunkern, das du in deiner Brieftasche gesammelt hast. Willst du jetzt ernsthaft hier noch irgendwas machen? Das hier ist eine Ruine. Hat da gerade jemand geklopft? Neue Outfits verfügbar. Okay, mit dem Kleiderschrank. Was hat da? Das ist mein Safe, ne? 1200 Mark habe ich bei mir. Okay, jetzt habe ich wieder 0 Mark bei mir. Äh, wo ist der Kleiderschrank? Hier. Ne, das ist nicht der Kleiderschrank. Mach dich bereit, Soldat. Achso, man kann praktisch komplette Sets auswählen. Achso. Ah, okay. Leute, hier ist cool. Ne, obwohl das nicht so cool. Die ist halt eine Klatz, das sieht doof aus. Lol. Das mache ich. Das ist cool. Gut, Leute. Sorry, das war doch an jeder Stelle schon für heute. Also haben wir ja die ersten zwei Stunden von Mafia 3 gespielt. Ich glaube, ich werde jetzt noch ein bisschen weiterspielen, aber ich würde noch ein bisschen Stream nebenbei gucken. Äh, ich gucke momentan auch, ähm, wo kann man hier hin? Das sind Plätze, in denen du mit dem ich verbinde und die ganze ganze Zufluchtsorte nicht vertreten. Okay. Okay. Ähm. Ich werde, äh, ich gucke momentan auf Netflix, ähm, Lost in Space. Das ist auch ziemlich cool, muss ich sagen. Geile Serie. Kann ich echt empfehlen. Ähm. Ja. Ich werde jetzt ein bisschen bei, nebenbei ein bisschen was gucken und dann noch, ja, ein bisschen zocken. Ich weiß, momentan ist halt, habe ich echt ein Problem. Ich weiß einfach, wenn ich was spielen soll. Das ist ganz schlimm. Also, ähm, jetzt kommt ja bald, kommt, ähm, State of Decay 2. Ähm, dann kommt noch was Cooles. Ähm, noch ein Exklusivspiel. Ähm, dann kommt dieses Below kommt bald noch. Dann kommt auch bald noch die, ähm, die, ähm, die, ähm, die, ähm, die, ähm, Wie heißt das? Die E3 kommt bald. Mal gucken, was da noch so alles so kommt. Und ja. Dann solltet an der Stelle gewesen sein für heute. Und, äh, ich wünsche euch noch einen schönen Abend, Tag, was auch immer. Für die Leute auf YouTube. Und, äh, macht gut. Bis zum nächsten Mal.